ja hi und willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play star wars lego lego star wars die skywalker saga system fehler ja in der letzten folge haben wir episode 1 abgeschlossen dual of the face die schlacht von nabo zu land und auch zu weltraum und jetzt sind wir hier und sind im freien spiel wir haben frei spiel freigeschaltet wo jetzt einfach so durch die galaxis cruisen können und alles erkunden können und ich würde sagen machen wir so für diese folge ja gerade und gucken uns mal so um und überhaupt ne und habe ich hier neue sachen freigeschaltet wo ich noch eine millione so wir schauen uns ja definitiv um und ich kann mit die extra reden irgendwie um sachen hier freizuschalten so ich war machen ob ich irgendwie dort freischalten können so bonus oder irgendwie so hat so allgemein wenn natürlich wieder gut schneller sprinten das wäre vielleicht nicht schlecht naja einfach nur ab wir haben erst 9 so wenn immer teurer ich glaube ja es hat die angriffskraft einer schiffe gesundheit anzeige wird weit haben wir noch hier so ich habe jetzt hier bösewichte näher wird haben die sprengstoffe über große entfernung an werfen die massen können sie enthalten nun mehr munitionen sind so länger verwendbar was werden trainings gerät ich glaube ich brauche mehr so sachen irgendwie die mehr punkte geben so auf dauer nicht gedrückt halten von kreis umgang oder gegen steinchen wurde abgeschlossen werden ich glaube diese dinge sollte hier im lauf der zeit alle mal lernen ich glaube er hat irgendetwas ich haben wollte dagegen steinchen wurden die abgeschlossen und ich wollte irgendjemand hatte irgendwas was ich mich interessiert hat aber ich habe mir noch nicht geholt na das könnte sich doch lohnen für jede übersetzung für jede neue übersetzung also da ist was uns hier so punkte geben würde ich sagen und ja ich würde sagen wir schauen uns dann hier um und guck mal hier so zu finden ist ja hier gehen wir natürlich noch nicht rein wir schauen uns jetzt mal ganz genau an was man ja noch so machen kann wollte man ja so questmäßig machen kann ich habe jetzt einige neue charakterarten es war doch mordschiff darf nicht jeder dieses training machen es ist nur für die königliche gade von fied ok man in derselben uniform wie mich sieht schickt ihn zu mir okay so ein charakter freischalten nicht dazu machen sind sie denn königliche wache habe ich die freigeschaltet kann ich die freischalten captain palaker gfg jk allerdings königliche wache lohnsoldat gfg vielleicht ist auch eine mission ich weiß nicht naja schauen gut wenn wir bescheid so wir gehen jetzt hier einmal durchs feed rum und gucken was wir nur so finden mein gott ist doch die leute rum normale leute die mich umbringen wollen geht es ja als 1 nach dem anderen durch und gucken was wir so finden ich würde mich definitiv viel sicherer fühlen wenn die wachen den gap auf der hauptstraße in ordnung bringen würden dann würden die kampf droiden schon sehen nieder gemäht vom eigenen panzer also gesagt bürger so gut gab hans hat um ein fenster putzer hat ihr von einem turm in fied erzählt der ein fenster hat in das man nur mit sprengstoff reinkommt kundschaft die seit wochen aus dafür sind diese gitterlinger muss man aufsprengen verspreche ich dir mein fenster putzer hört sich nie alles klar also man bekommt ja eigentlich mehr oder weniger informationen wie man das machen muss oder was so wie ich das gerade bemerke ok weiß ich bescheid mein kollege leitet zielübungen um sicherzustellen dass wir auf eine rückkehr der kampf droiden vorbereitet sind wie gut seid ihr braucht ihr seid nicht verarbeitet sie sind schon vor eure tür für die besten schützen als aus dem schiff schieße übung im hangar dann war ich doch grad man schieß übungen im hangar im hangar war ich doch gerade vielleicht noch mal mit dir reden und du bist mir mein kollege leitet ziel und welchen da gibt es noch in einem hangar oder aber man kann es ja natürlich ein bisschen dauern wie sich alles finde ich muss irgendwie wieder nach hoch das ist natürlich gut dass ich hier so ziehen kann mit denen was man hier rein sage ich muss irgendwie da hoch gehen wenn wir auch hoch kommen meine ich ich liebe es am fluss zu leben es ist der schönste ort im feed wenn ihr mich fragt was ihr getan habt glaube ich wartet wer hat dieses gespräch begonnen der bus hat einen krass besonderen kristall verloren krass besonderen also versteckt sich der kristall irgendwo mich sie haben nur unter den drück ist nicht nachgesehen möchte ist gelangweilt vom suchen möchte sagt ihm ist verloren wenn ihr sie ihn findet gehört er euch so da bringt mir überhaupt mit denen zu reden oder muss ich erst mit denen reden schalten herum mag hübsch anzusehen sein aber es ist voller wesen mit namen wie ok killer fisch und sandow aqua monster also nicht unbedingt zum baden geeignet naja deswegen sterbe ich sofort nicht weil ich nicht schwimmen kann oder irgendwie so hat nicht ein roboter bin verstehe ok ich nehme an da muss man aber wer zückt der auto guckungen gerne ok ich nehme mir auf die dächer hoch allein schon da hoch zu kommen schon schwierig finde ich dabei ist das ganze gute zeug mal erst da oben da ist der ganze gut stoff da oben bleib wachsam ein wikway pirat wurde entzieht gesichtet zweifellos hier um ärger zu machen ich kann da seinen beitrag zur wirtschaft leisten will dann bitte sehr aber ich wage das zu bezweifeln die bin viel da warte um rechts unten unten okay rum rechts unten unten ja was denn hier aus der kaputt machen ich habe aber ja so ein zeichen dauffahrer ich habe nicht aat war ja noch mal ein aat diese vier weinigen von den klonen kriegen dass sie weit waren die schuldigung was da komme ich zu den dächern ja durch eine abkürzung jetzt so in dächern vorgeschaltet geil denn da ist da aber irgendwie kommt ja auch nur 200 oder oder doch ich bin auf den dächern der welt so schönheit noch 1100 ungefähr da muss ich ja machen das ist jede jede warum sollten die alle noch hier so zu bitten zeugt von stärke nicht von schwäche seine ganz besonderen fähigkeiten werden hier sehen ich sehe schon okay was zum du bist also okay als klar ich wollte schon sagen wie soll ich jetzt herausfinden ob das richtig ist oder nicht xx kreis kreis xx kreis er ist ein werk vom breiten aus wie ein kreis ich dachte da rein dann ich möchte im blauen da rein das richtig oder aber so war schon richtig da muss ja also genau so anordnen rot grün gelb blau rot grün gelb blau rot grün gelb blau man sagt ja alle voll miteinander so rot ich sehe nicht welche farbe du bist du bist rote rot gelb grün blau rot gelb grün blau rot rot grün gelb blau aber die anderen sind irgendwie vollkommen anders wirklich näher raus warte war ja vor allem anders das richtig ich ich nie raus hallo egal wie ich hier rein packe er kann nie im leben sein oder gelb wir sollten jetzt die kombination herausfinden ja keine ahnung solchen hatte auswenden in die gespiegelt die kamera dreht sich übrigens automatisch ja wir sollten jetzt die abschließen ja wir sollten herausfinden weil ich jetzt wie ich die jetzt da reinpacken muss blau oder packen wir einfach irgendwie da rein würde ich sagen keine ahnung ja ja gelb und ich muss in jeder reihe nur eine farbe sein mit mich jetzt hier noch würde ich jetzt hier noch raten können blau hier haben wir noch kein blau ich bin steinerin gesehen blau oh nein übrig ja irgendwo ist noch einer ja ich kann hier natürlich jetzt da raus nehmen das heißt jawohl so ich bin schon ein bisschen hat die richtige reihenfolge ist wenn vertagt ok solch ein datter herausfinden hallo ja auch diese gierige handelsföderation kennen die keine scham lassen nabu absichtlich aushungern sie sollten ausnahmsweise mal mit ehre handeln das gehört bin nämlich gefälligst kollege was für eine ehre es ist eine königin zu haben die mindestens fünf mal am tag ihr outfit wechselt sie legt die messlatte für den rest von uns wirklich hoch eine hohe und sehr teure messlatte für die es viele nabu kreditkarten brauchte so lebe ich nicht in diesen kaffee hallo wisst ihr wer ich bin oder was ich tun soll ich scheine keine hätte bis heute wieder von der einem handelsmoderation schiff ganz am anfang angesichts der umstände habe ich festgestellt dass ich entweder ein neues modell bin oder mein gedächtnis gelöscht wurde jede weitere informationen die ihr findet wäre von unschätzbarem wert klar unterstützung zu schätzen meine erinnerungen reichen nur bis zum aufwachen an genau diesen ort zurück es würde mich interessieren wie und zu welchem zweck ich hierher kann fenstere vorgeschichte auftrag an genau so hat jemand sehen ein bisschen hingegangen aber hier drin jemanden gesehen habt ihr habt ihr nein ok dann gehe ich wieder vielleicht auch nicht mal zu diesem einen ort geben wo ich diese bösewichte warte mal ich habe hier links sehe ich gerade das symbol kennt ihr den maskierten der gerade abgehauen ist ich bin ziemlich sicher dass er diesen silbernen protokoll droiden in die stadt gebracht hat was fühlt ihr im schild hier ist vorhin jemand verdächtiges mit einer komischen maske vorbeigelaufen schien es furchtbar heilig zu haben doppelt verdächtig ist glaube ich in diese kasse dort gegangen das gar dankeschön sie lässt irgendein tollpatsch ist in mich reingekracht diese lächerliche maske hatte wohl keine gucklöcher wenn ihr diesen tollpatsch sucht wer ist dort lang wer lang bürger wir werden wir werden wir werden was geht ich kann alles erklären doch nicht ausgetrickst war du sagst vielleicht zurück zurück kommt zurück muss ich ihn so erledigen ja 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 und jetzt in den kopf ja genau die angegriffen störung das schiff kurz bevorstand wollte ich fliehen aber dc 1480 geweigert also habe ich sie deaktiviert um sie nach wie zu schmuggeln und vorsicht zurückgesetzt damit sie nie erfährt dass ich sie zum deserter gemacht habe martin französischen akzent ich wollte dir sagen was passiert ist ehrlich und zwar oder gespätestens nächste woche oder vergesst eure schuldgefühle euer handeln mag mich veranlasst haben ein protokoll zu verletzen aber andernfalls wäre ich mit dem schiff explodiert und ich wäre bestimmt nicht in der lage meine pflichten zu erfüllen wenn ich atomisiert worden wäre also war eure logik auf lange sicht viel rational als meine eigene ich danke euch ich hatte hk 47 für der einzige datum die sie jetzt sagen wenn man ist so atomisiert wird klingt es fast schon eltenhaft wir wollen es nicht übertreiben ich schulde euch auch dank für eure hilfe bei der wahrheit dass ich keine anderen aufgaben habe könnt ihr mich als in eurem dienst stehend betrachten cool wahrscheinlich muss ich aber erst kaufen richtig freigeschaltet ich muss sie ja mit geld bezahlen das wert macht ein blubber was geht ein verschlagen aussehenden typen sind sind da hin vielleicht so nicht mehr gesehen seitlich ein junger war ich halte sie für die schönste in der ganzen galaxis die säule der platz die gewaltt kaputt machen finden würde ihre kuppeln sind bestenfalls koppel punkte dass ich mich die aber kommen aber okay da muss diese eine platz wo ich hier so böse ich habe gehört dass captain panaka versucht die sicherheit zu erhöhen um einen angriff auf die letzten kampf druiden zu starten ich werde heute wohl später nach hause kommen das endgültige ende der kampf wird er weiß jetzt der ganze panzer ist der einzige der beim angriff der handelsföderation nicht vollständig zerstört wurde ich habe gehofft dass wir ihn benutzen können aber er scheint immer noch kaputt zu sein zu schauen wenn wir ihn bloß reparieren könnten aha warte 2 dieser panzer ist der einzige ich hatte ja warum kann ich sie nicht übernehmen ich könnte jetzt hier mit r2 warum durch hier das dauert nur einen moment was hat denn ja ich muss ja ich muss ja echt alles kaputt machen erst mal natürlich um leben zu erschaffen muss man erst mal leben neben die funktionsfähig dieses ding wirklich gerne der faune level dabei sind er hat auch mal damals jeden paar wettel und so es hat erzielt okay ist das ist das ist das ist da ich mal frage ich auf wasser halt an ich will mich umdrehen warum ist das so warum sollten wir alle noch am leben dazu macht die platt auf meinen droiden so zu reden nachhaltig dass mein protokoll hat schon wo noch so ich meine wahrscheinlich muss aufpassen ich habe augen droiden auf meiner seite ihr habt euch das verdient weil ihr dazu beigetragen habe die straße sicher zu machen und leid euch den panzer wann immer ihr wollt er wird sich sicher als nützlich erweisen cool faszinierend ich glaube ich dann jetzt hier freischaltet so ich mal zu diesem einen platz mit den staaten gehen nicht irgendwie letztlich das ist sicher du bist jetzt in sicherheit ich schätze ich liebe schätze ja schon wieder muss ich auch für karte gott er war der letzte strategie sehr gut gefallen und ich weiß er hat arbeiten ihn zu klauen ja geblieben statt in dem weg ab ja das ist mein stein macht ja ich er gehört mir du hast meine gier unterschätzt gott wo ist er wo ihr sagt glaube ich habe ich sie deine pbalken später peter das aber nur garter mann der gehört mir ihr habt was ihr wollt also lasst mich gehen ich merke dass ihr barmherzig sein ich habe zu hart gearbeitet ja ich muss ein paar von den erlegen alles klar sind wir alle markiert sieht ja eigentlich aus 15 von 31 1 und 6 ja wir machen fortschritte muss ich sagen ein bisschen langsam aber wir machen fortschritte also märz die hälfte bekommen mich schon zufrieden hat gesagt ja wo ist er hier ist er da ist der automatische wir schon okay was hier war noch in ruhe seit vorsichtig ja diese stadt kann manchmal wie ein labyrinth sein wie der gang mit dem kristall ich bin mir fast sicher dass der einzige weg dorthin durch das haus eines armen zivilisten führt wer hat diesen skurril entworfen die königin königin schuld tot und zerstörung die ganzen dinger die ja oben an den dächern sind das ist natürlich mal schwierigste würde ich sagen dass man wieder da hoch so kommen ist das problem habt ihr jemals sharksteak gegessen echt widerlich diese grasen den ballon steak fürchterlich ich würde lieber einen echten ballon essen ballon so sind diese statue noch da oben ist hinter mir seine wenn man werden die ganzen kreise verschwinden damit hat schon alles übersichtlicher das ist der plan jedenfalls ich habe gedacht diese eine diebe irgendwie weit nicht so normaler typ der einfach so ein stein hatte und ich glaube ihnen den einfach aber gut ist ja nur ein dieb wie jeder andere auch mal hier nicht so bestimmt hoch ich muss da sogar machen ok und 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 das wie in hunker starre ist auch solche rätsel ja du machst das hier auf der kohle ich bin eher zum rauben seid ihr der der die tür repariert hat ich bin froh dass ihr aufgetaucht seit ich hatte einen notausgang für exakt dieses szenario er war schon mal am fahrung seit ich renoviert habe weiß ich nicht mehr wohl ist und wie man ihn öffnet ich sehe du hast einen stein über den kopf wie kann ich dich dazu überreden den mir zu geben wenn man es hier machen ok was mache ich hiermit ich musste um hilfe zu bitten zeug von stärken nicht von schwächst meine ganz besonderen fähigkeiten werden hier sehen uns nicht muss das hier aber ich mache ich tisch hier weg lenken mich ab aber wir sind die dinger hier mich an die dinger drankommen oder was ja ich habe dinge aufgemacht natürlich hätte ich einen fluchtweg einbauen lassen können bei dem nicht das zerstören von gemälden und rumklettern auf möbeln dazu gehört aber so bleibt der spaß also vollkommen recht im steigen ich verstehe man nicht wofür die dinger hier sind man hier dran kommt zur not kann man doch locker so dran wir können gerne sehr cool es wurde sicherlich nicht in der königlichen garde dort oben platziert daher haben wir kein rechtes zu beschützen es gehört euch zwischen den säulen so habe ich gerade hier hinten links bekommen ja die gleiche mission der potage der statu ok ja genau ich habe ich gerade gesehen aber ruhig dich regt mit mir kaputt gemacht vorhin gesehen dieser droide hatte es ziemlich eilig meint ihr er braucht hilfe ich hätte ihn wohl fragen sollen schaut doch mal nach ihm wenn ihr ihn seht ja ich nehme an du meinst nicht hier so ne ich muss echt wahrscheinlich irgendwelche finden irgendwelche leute ne droiden crew los geht's was hat er sind zwei schalter aber nochmal sie auch nicht jetzt kommen wir drei prozent nur ein charakter der teudarianer da unten sieht wirklich zwielichtig aus erscheint darauf zu warten dass ich nach hier so ein motto ist ich garantiere dass er mit diesen schleimigen federations trotteln zusammenarbeitet die sich in der nähe des hangars niedergelassen haben ich versuche zu erraten was er sehen wollte aber bisher hatte ich keinen erfolg nicht mal meine makellose imitation von nut gun dry hat ihn begeistert ja ja was machst du da was geht was geht ihr sagt der kunde zeigt mir was ich sehen will oder belästigt mich nicht weiter ja ich habe das nicht die blöden um hilfe zu bitten zeug von stern blöden staat oder schon so oft versucht hier zu reparieren ich finde die teile davon nicht weiß nicht wo der letzte teil davon ist kaputt machen um zusammenzubauen wahrscheinlich die statuen sind kaputt und ich weiß nicht wo ich mit der reparatur beginnt auf jeden kopf muss der kopf ich könnte schwer ich hatte ihn mal ja irgendwo hier muss das sein wenn es sein muss man euch ja alles kaputt den kopf wieder zusammen zu machen ja ich sei natürlich ja schon so oft selbst hier versucht haben ich kann schwer den kopf hatte ich irgendwann mal gefunden aber ich weiß nicht mehr wo ja noch seid ihr hier um den kopf zu sehen woher wusstet ihr dass ich ihn habe ich habe ihn durch völlig legitime mittel erworben ehrlich seht euch diese massive gold basis an aber nicht anfassen ja da kann ich das machen ich kann hier nicht helfen aber es wird sicher eine andere lösung geben ich sei natürlich immer noch nicht weiß wie man hier diese blöde statue aber ja wie großer gebiet aber hausen alter wie soll ich mir den blöden kopf finden vor allem soweit entfernt kann er ja nicht sein aber ich muss ja wieder dran packen da muss ja irgendwo in der nähe sein so nach meiner logik jetzt hier hinterlässt irgendwie so hinterlässt die ganzen spuren ja im war mit den damit der staatung macht definitiv aufs gehen weil ich finde dass ich hier weiß nicht da ist mir irgendwie zu schwierig aber ja ich werde weg wir sind kinder anwesend man ungeheuerlich dieser schlosser installiert dieses ausgefallene passt und ich sage euch was ich glaube ich kann nicht behilflich sein ich kann hier sicherlich behilflich sein aber ich muss ja sogar ich muss erst mal herausfinden aber wann jetzt mal herausfinden da hat man da oben waren noch so sprengen sachen nicht in die luft jahren kann glaube ich kann die so einsammeln cool nicht hier aber wie kommt man in die rein dachte ich hätte ich dachte hier werden noch so dinger so anders fährt mir jetzt aber auch hier nicht einmal genau geben könnte eine statue finde ich hier nicht sehr viel mehr wird mir auch gerade hier nicht angezeigt wenn ich ganz echt bin 17 von 31 ja so viele sachen naja ich weiß nicht ob das hier alles hier möchte der kampf mit darf man auch noch dazu zählt oder irgendwie so hat aber da kann ja noch mal zu dings jetzt zu diesen sumpf gehen oder so ne na sonst müsste ich auch nicht was hier noch alles erledigen können im moment die bürger von flied lieben ihren landbau besonders die blumenkästen aber der neue gärtner ist etwas unerfahren und hat ein ziemliches durcheinander angerichtet die bürger verlangen dass alles in ordnung gebracht wird nur bleiben balkonkästen kannst du mich zur erde bringen nein wir fahren nicht zu langweilen langweilen da was da oben noch wenn man sich auf der karte sich da wieder ein gesprächspartner hat ihren otogunga die gungans die dort leben mögen es nicht und wir darunter gehen einer nannte mich mal trockenzeug das hat mich ziemlich getroffen also nicht jeder charakter gibt einen irgendwie welche informationen habe ich so gefühlt ich nehme an im feed im verlassen kann man ja auch noch irgendwie reingehen und so ich nehme an das hat auch noch irgendwie was hier mit der prozentzahl zu tun glück dass unser planet immer noch so grün ist allein beim gedanken an die menschenmassen auf kursant kriege ich schon eine panikattacke aber vorbeischauen noch einmal wollte es aber ein paar bänden ich gehe schon wieder hin bei verkosten mit der zeiten so ich meine in dem sumpf gab es irgendwie noch ein gebiet wobei irgendwie war unabhängig kongan city ich kann gar nicht zu den dingen ja seid ihr bereit ich war ich war eigentlich jetzt zu links hier ich bin hier hier wollte ich hin ich meine da kann ich noch ein paar sachen finden ich nehme an das ziel auch zu kongan city ich weiß es nicht augen gasee ich werde diesmal auch recht sein ich habe neu ich habe ich habe weit haben wir ja noch hier ein hier ist ein stein lassen rennen astromektriere ward aber jeder charakter das hat hier dann ganz ergreifen war warte wir sagen da manchmal so ein ding der geschaffte manchmal so ein dinge geschaffte auf anheb ausgezeichnet hier sind auch 22 von dem an wo hier ist was war was war ich glaube ich wollte nicht hier irgendwie in deckung gehen oder so ne das und das und das ist tot dann komme ich einfach wieder hin und die die vernünftig spielen ja hallo ich brauche warum hast du dich schon wieder ja auseinander gebaut da macht dazu um unten links rechts um unten links rechts wenn eine bessere marke als jahr mein gott lass mich denn erstmal wieder zusammen das war unangenehm muss man darf mal ersetzt zeit für meine rückkehr ist gekommen nein nein ich wollte da ich habe ich gerade so hingestellt heute ich habe nämlich an welchen drüben animation hat gesehen aber abgetaucht das ding soll kommen ok also ich meine aber da war irgendwie noch wir sind mir bitteschön noch 22 wo sind mir noch zwölf steine versteckt was hat hier sieg auf geht ja den werde ich noch mal auf screen spielen ja diese ganzen sachen welche noch mal auf screen spielen ja soja lichtschwert genau für mich ist das ein kinder ich bin zu mächtig für solch kleinkram alles klar diese statue lächeln tut aber aussehen als ob die bische summschwinge hier so schöne zählisch die pizza haben diese finden sie in ihren nestern aber wie wollt ihr sie sie runter schnappen mich zu überlassen dass euch sind ich bin ja nicht mal ein kollegen ich sage mal muss ich hier wieder reinpacken meine 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 hier ein damit einstecken ich soll die zähne ersetzen alles klar keine sorge ich habe den kuchen ich habe den kuchen keine sorge einer mit fressen ich war jetzt mal muss gar nicht als zwei r2 ich bin verwirrt ich hätte so gerne meine darf mordfiguren ich habe ich habe kein doku gehabt ich habe da fehler gehabt ich habe es gab es habe ich auch nicht aber auf monatlich auch gerne gehabt wir wollen dann immer gut aus von dem sein name ist malkom er ist hungrig ich werde das gegen die jedi einsetzen wie frech hier sie geben euch so große mühe seine zähne zu finden und er sie bespucken euch so nicht nett naja schon okay ich stehe auf so hat so dass die schlacht naja also nicht ja mal nach otto gunga noch wirklich nach gang gang city ich bin absolut sicher dass wir in dieser stadt der freaks rein ja 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 mal eigentlich schon alles mehr oder weniger erkundet ne ich bin hier irgendwie nicht was ich hier noch machen kann die ganzen effekte bei dem brot sind vielleicht sind in den dingern irgendwas drin was ich gebrauchen kann einfach ein stein also einfach ein stein sage ich nein zum stein zum stein sage ich nicht nur ein das war schon mal 100 da hey jetzt haben wir schon zwar noch tausend und einhundert oh mein gott auf waren aber einige sachen bin ich hier überfordert hier in dem ort hier ich ganz ehrlich bin hier sind noch so viele sachen naja aber ich habe so krieg keine ahnung wo sie sind da da muss ich hoch bis da hoch komme ich da hoch weil da rein wie komme ich da rein ja so viele orte wo ich mir nicht sicher bin was ich machen muss hier ist eine große blase abgesperrt müssen diese nicht die große kopfschmerzen das ist das gefühl ich muss irgendwas hier mit diesen dingen machen so hier kann man ganz schön hoch naja jetzt noch sehen könnte es ist überhaupt nichts das ist da eigentlich ganz schön ich habe mir einen stein gerade gefunden anscheinend muss überhaupt diese eine mit den aber ich habe jetzt machen das hat auch für auch für granaten nicht ganz irgendwie voll viele sachen mit meinen droiden machen ich da hoch in dieser stadt zu navigieren ist für mich furchtbar da war ich die dunkle seite die ich hier gerade spüre die sind einfach halt ich sehe kein krieger mich sehr mag nur die fischflammerie ist da gibt okay ein hoffentlich interessantes zeugt ja da sehe ich da irgendwas was haben wir hier einfach so übersehen wir hatten übersehen was soll man vielleicht ein paar dinge davon ausgeben gleich naja erster ist natürlich in diesen multiplikator den ich mir wahrscheinlich wollen sollte ne wenn es auf dauer irgendwie besser ist hier ja ich will eigentlich nur da hoch kommen ne wieder aber ich komme da ich weiß nicht wie man da hinkommt man ja so verwirrend layout hier wir müssen diese diese goldene kiste die ich gerade gesehen habe da ja jetzt einfach nur darunter weil er macht mich fertig gerade wenn wir bringen meinen droiden bitteschön dahin aber weil er sich im wort zum interagieren und so aber dafür brauche ich nicht das ist etwas für handlanger wisst ihr wozu ich fähig bin ja wozu bist du fähig darf man sagen wozu bist du fähig mal bin schwer beeindruckt das hat nintendo controller nenn er ist control ja da ist ein loch da kann man rein irgendwie aber da komme ich wahrscheinlich erst wieder nur jemand ein dabei springen kann oder irgendwie sowas was auch immer das ist wenn ich da mal machen sieht so böse aus kann ich dabei machen ich kann hier sicherlich behilflich sein ja schon sagen soll ja von den rebellen passwort blase wo mein schiff gefunden alles was in der kiste drin jetzt nicht sie erinnern warum mich sie überhaupt weggesperrt haben mich sie können nichts anfangen mit schiffse na gut oh gott c3po man müsste so merkwürdig in diesem spiel es tut mir wirklich leid aber ich bin nicht der druide die besucht ein moment an der kiste es war die sah nicht golden aus von hier oben ich möchte nur anmerken so also da komme ich nicht rein hier sind noch so viele sachen die ich nicht machen kann anscheinend muss irgendwas hier mit geben irgendwas muss doch hier mit bestimmt auch machen die habe ich nicht gewählt und ganz sein furchtlose krieger wir kämpfen um unser zuhause tapfer und ohne angst aber nicht alle ganz so sein haben hier so schon jaja getroffen jaja sehr sehr blöde blöde blöder gang so was ist mit dem rätsel er sagt für das muss ich da auch geschaffen so gehen wir einen tipp hey hey denk er nicht so kann das essen ja was muss ich hier machen ja das muss er irgendwo einen tipp geben weil ich ja machen muss naja weil sie da passiert so ein tipp sein würde ich ja machen muss boah hier unten ist auch noch was man schon die ganzen geheimnisse sehen als der letzte mal hier war jetzt aber auch komisch hier in diesem gebiet warte mal du bist doch der nicht suche ich muss doch irgendjemanden suchen hier ist er hat eine nachricht wir lesen zusammen an dieses schurke der semen spezial wenn der namen bitte bringen ihn zurück damit mich sie kann feinen fettfisch frittieren ohne finger verbrennen auch mehr zu klatschen vielleicht sollte er abwaschen nicht was da mit meinen ruinen also meine belohnung ich muss noch reden aber ich habe ihn freigeschaltet also er zwei erneuern alles war noch über mir ist ein stein kommt doch warum habe ich denn die zeit für meine rückkehr ist gekommen ja ich nehme an den hätte ich auch benutzen können aber ok ich muss noch ein paar punkte ausgebildet haben wir noch irgendwie was hier ich glaube nicht genau da gab es noch wie diesen stein und irgendwie so klettern musste aber so jetzt wie sich die sich hier wieder herausgefunden habe da hat er auch schon wieder ewigkeiten ja was hat hier eigentlich ist der oberste topkoch in otogun aber sogar topkoche manchmal verlegen dazu dann bitte freundes freundliche kopfgeldjäger helfen fangen suchen diese zutaten ich habe ein komfortgeber aber echt blöde herumzulaufen in diesem gebiet finde ich weil du machst mich fertig ich habe da bei ihm in der nähe so die dinger kann ich nicht mit granaten kaputt nur selber geht damit ok dann gehen wir mal hier hoch ich nehme meine passern freute gut weil ich sage aber ja nächstes mal noch bei weil ich werde versuchen auf screen einige sachen hier zu gucken wie ich das herausfinden kann zum beispiel mit den statuen da würde ich gerne mal irgendwie mal abschließen aber ich habe ja die ganze probleme damit ob ich auf screen lösen kann mal schauen da ist auch noch was ich finde ich war ehrlich na gut aber ich glaube ich habe jetzt mal alle sachen hier so erledigt ne 57 prozent das lässt sich doch mal zeigen würde ich sagen na ja gott haben diese spaß in unsere stadt bleiben sauber was noch dieser eine stein der irgendwo so an der wand war ich habe so gefühle ich auch noch erreichen können ich weiß noch nicht weil ich falsch gemacht habe irgendwie muss ich doch da ankommen ich weiß nicht weil ich ja falsch mache das spiel von mir verlangt sie nicht so schwierig aus was willst du von mir keine ahnung ich weiß nicht was man da machen muss ich mir sagen ab was wollte man kann noch einige unsere steine ausgeben das bestimmt einige ich habe 14 woche ich doch hier schon viel mehr angesthaft von schiffen schneller sprinten für 15 bauen mein gott so viel zeit wie man ja wohl auch haben kontern ja wo wir dann richten mehr schaden an welche konnte werden stärker ich brauche eigentlich alles was mir irgendwie mehr steinchen gibt so eine bessere schilder abwehr von angesehen die anzahlen herrn die visite fall erhöht ja ich brauche so sachen irgendwie die ja abriss profi und jetzt sind den kampf der seite und auf eine feine an wo man stehen ja für mehr steinchen dunkle seite wenn sie wissen eng sich verfolgen die aus wenn man macht besser als drücktheiten verschickt weil ich sie mit hilfe der macht anzuheben hast du mal wieder habe ich auch nicht alles was zu brauchen warte macht kann ich sagen das war es beim nächsten mal weil ich kann noch mal durch kurs sein und durch tätowieren rum rennen ich werde in der zwischenzeit noch mal hier weiß nicht mit dem bongo wäre ich vielleicht noch mal machen keine ahnung oder mit dem hey schlüssel ich sehe schlüssel was hat die konsole ich dachte ich hätte es ich hatte schon aktiviert ich wusste nicht was hat gemacht hat was macht das ich weiß es nicht ich weiß nicht was das macht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja gut ich will sagen das war es heute ich werde aufgehen so weil ich diese einige von diesen story dinger noch mal machen hier mit den mit dem schiff mit dem raumschiff eine kin die schlacht von von abu und so vielleicht werde ich auch doof du fährst noch mal alleine machen aber die sachen auch schon mal erledigt noch ein paar steine also bekommen und wir sind bei 6 kommen wir haben noch nicht mal ein prozent bekommen aber okay gut aber ich sage das war es heute er ist vorher geht es dann weiter mit ich würde sagen hier aber nicht muss esbar und kurs sind mal schauen aber wir waren ja dankeschön wir schauen hinterlassen leiten abon kommentar bei